Willkommen zurück zu einer neuen Folge in Samurai Style. Ich habe mein Bambushut auf dem Schädel und damit gehen wir jetzt hier steil. Wir werden jetzt weiter hier unseren Let's Play machen. Ja beim letzten Mal, ich weiß wie gesagt nicht ob das ein neues Folge ist, beim letzten Mal hier unten hoch ab vom eigentlichen Pfad den wir gehen wollten. Ich habe Pfad gesagt. Nimmt der jetzt überhaupt jeden Ton auf? Ich muss noch mal kurz checken. Ab vom eigentlichen Pfad bin ich jetzt hier gelandet. Guck mal hier ist auch so ein Brett das hier nach unten gehen würde. Ich habe keinen Bock mich hier voll Gift spritzen zu lassen muss ich sagen. Da sehe ich mich nämlich gar nicht drinnen. Ich gehe mal den normalen Weg ohne mich irgendwo hoch zu sippen. Gar keine Faxen. Hier wird nicht lange geschnetzelt oder so. Der Wurfstern trifft wenigstens immer Safe. Da kann ich mich nicht. Ich gehe immer höher. Oh jetzt komme ich schon in die Gebäude vom... Hä? Digi, das ist der Shortcut. Guck mal. Einfach gefunden das Ding. Beste Life. Geil. Einfach nicht getroffen. Erinnert ihr euch? Hier ist die Drehtür. Die Drehtür. Und hier? Kann ich mich eigentlich mal ansetzen, ne? Ach stimmt. Hier war nur die Glocke. Da war ich bis... Hier war der Kopflose, den ich gemacht habe. Ach, der wird getroffen beim runterfallen. Wie billig war das denn jetzt? Den kann ich hier fahren. Immer zwölf Münzen fahren. Und jetzt finde ich das hier ein schwerer Geldbeutel. Affenschnappes. Oha, ob das wieder so ein Schnaps ist, den ich meinem alten geben kann? Was ist das hier? Ist das ein Geheimgang hier? Aber... Ey, guck mal. Ich konnte hier gerade durch die Wand gucken. Da haben sie noch einen kleinen Bug drin, ne? Siehste? Schmutz. Schmutz spielen. Wie ist das hier noch eine Kante? Ach, da hätte ich mich einfach noch anhängen können, oder nicht? Aber das war's jetzt hier oben, oder was? Und da unten kam... Hä? Hä? Nee. Jetzt ernsthaft? Das war's echt? Ich kann das irgendwie gerade noch gar nicht machen, deswegen muss ich noch einmal hier reingehen. Hier ist ein Affenschnappes. Nee, ist hier nicht. Ja, den... Stell mal vor, man war hier noch nicht, dann hätte man den Weg hier neu finden können. Aber das war's tatsächlich. Da unten war der Shop, glaube ich. Er wollte hier einen kleinen Bridge-Fight, oder was? Hm? Freundchen? Ja, und dann hatte ich mich, glaube ich, da rüber gesippt. Wovon ich eben gerade nicht mehr zurückkam, richtig. Aber jetzt gehe ich den Weg hier. Die Kampfmucke ist noch völlig laut in meinem Ohr. Klingt einer wifft auch noch irgendwas auf mich? Die Kampfmucke, sie können sich beruhigen. Jetzt, jetzt komme ich zu dem richtigen Zenpo-Tempel. Jetzt komme ich zum richtigen Zenpo-Tempel. Ja. Jetzt ist die Frage, guck mal, da war ich da? Nee. Da war ich auch noch nicht. Wie komme ich denn da hin? Jetzt bin ich hier beim richtigen Zenpo-Tempel. Das sieht urst aus wie eine Boss-Area. Nee. Ich komme bald irgendwann nicht mehr weiter, weil ich alle Bosses gebe. Und hier drüben ist jetzt die Glocke. Brauche ich gar nicht hingucken, weiß ich. Da oben, guck mal. Hä? Hier hätte ich auch hochsippen können. Von wo wäre ich da hingekommen? Erstmal gehe ich auf die Spitze des Berges. Und hol mir rot-weißes Windrad. Jetzt habe ich das schneeweiße. Und das rot-weiße. So, da drüben war ich. Auf was für eine Berge bin ich hier? Guck mal die View an. Heftige Scheiße. Was? Das genieße ich auch immer. Also das sind so die Momente, da kannst du auch einfach mal nur genießen, abschalten und mal nur genießen das Game. Was ist denn das für ein Steg? Da ist das Steg F oder was? Was ist denn das für ein Steg? Hier runter geht's nirgends wo mehr. Aber da rüber halt. Oh, wie knapp er da lang glitscht. Was war das denn? Hä? Wo bin ich jetzt hier? Was ist denn das für eine Kante? Na, da könnte ich da rüber springen. Das ist doch, wollte ich gerade sagen, das ist doch dieser Dreieckast. Hä? Ja, den will ich ja jetzt gar nicht nehmen. Habe ich noch andere Möglichkeiten? Oder hätte man den eigentlich von hier nehmen müssen? Nur ich habe den vorhin schon von da genommen. Völlig so eine Art kleiner Profi bin. Da unten war gerade noch eine Kante, warte mal. Guck mal da. Was ist das denn jetzt noch für ein Schwinge? Ach, das ist der Schwinge zu der Kante hier unter mir. Okay. Ist nix Neues. Nix Neues. Ja, hier wird ein Boss heute sein, Leute. Was ist denn das für ein Ritter? Ist das der gepanzerte Krieger? 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 Wie klappt das mit diesem Ding? Ach, Stoß und Ziehen. Okay. Scheiße. Oh. Na ja, probier's jetzt aus oder denn nicht? Muss ich. Was? Ey, wie weit ich nach hinten geh extra. Ich weich komplett aus. Der hat so lange Moves. Was? Es klappt halt. Es klappt einfach nicht. Es klappt einfach nicht. Es klappt nicht. Es klappt nicht. Es klappt. Es klappt. Ach, mann. Hier ist deine Liste jetzt wieder runter. Ja. Ja, da kann ich nicht eigentlich töten lassen. Hier noch ein Ausbrechen. Nice. Also, das mit dem normalen Speer und dann die Rüstung abziehen hat nicht geklappt. Meine Idee ist jetzt, ihn die Liste voll zu machen da. Ich kann dich einmal wieder glücklich erlösen. Die Liste voll zu machen, dann geht er ja in diesen Bruchmodus und entweder ich kann ihn dann schon töten oder ich kann ihm dann seine scheiß Rüstung abziehen. Dann sage ich mich noch Fuck. Ich bin schon mal drin. Dann sage ich schon mal, die Liste gut ist. Der Klassiker Wie ist die Klassiker? Das ist auch so schnell Der Klassiker Wie ist die Klassiker? Das hat schon mal nicht geklappt. Das hat schon mal nicht geklappt. Das hat schon mal nicht geklappt. Was mache ich denn falsch? Was? 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 Die. Puh, ich trich in die Rüste nicht ausgezogen. Was wolle ich mach? Da muss irgendein anderer Haken noch in der sein, keine Ahnung. Ich werde das nicht schnappen. Ich werde das nicht schnappen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Na, wieso ich ihn denn jetzt verschwinden? hier sind seine aufgaben das ist mir alles viel zu hoch hier 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 Er ist weg verschwunden. Wo ist er denn jetzt hin verschwunden? Was mach ich jetzt? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was mach ich jetzt? Ich krieg den Gegner nicht down da oben. Wie krieg ich den down? Oder krieg ich den vergiftet? Was ist denn das hier für ein kranker Mist? Sehe ich zum ersten Mal. Irgendeine Karte sehe ich zum ersten Mal. Ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Ich bin überall weiter gegangen. Ich weiß nicht, was mir jetzt noch offen bleibt. Zwei Bossfights habe ich noch offen. Das weiß ich. Und das bodenlose Loch habe ich noch offen. Wir machen jetzt das bodenlose Loch, Leute. Das machen wir jetzt. Und wenn wir da auch nicht weiter kommen, dann machen wir die Bossfights. Das so machen wir das. nữa. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht,有 das ist auch in Ordnung. am steinfest die ganze zeit nur so eine marina und sofort dort weiß ich nicht ich brauche irgendwas dass mich das grauen nicht so schnell voll das grauen ich habe ihm jetzt einen tipp gegeben Steht der jetzt auch noch da? Der ist zum Verlassen verliest los. Wo finde ich den jetzt wieder? Den Ball. Wo finde ich den jetzt wieder? Das war ja gerade mega spooky. Ich bin am ersten auch schon vorbei gesippt. Gut, dass ich am ersten vorbei gesippt bin. Vielleicht war das so die... Für alle Spätchecker so. Die Zuflucht. Hä? Nee, nimmt sich nie noch mal vor. Verbrust. Handvoll Asche. Ich weiß nicht, wo ich hier gerade langgehe, Leute. Die Verholungsmittel, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Tiefen von Aschina bin ich. Was genau ist denn das verlassene Verlies? Und ist da jetzt der Typ? Oder Fick? Ich will jetzt hier nochmal runterspringen und den ersten Sipp ernehmen, ob das ein anderer Weg ist. Ich will jetzt hier nochmal runterspringen und den ersten Sipp ernehmen, ob das ein anderer Weg ist. Siehste, das ist nämlich ein anderer Zipper. Wusste ich's doch. Die Frage ist, was passiert, wenn ich auch ganz runterfalle. Einen Speicherpunkt habe ich ja jetzt erstmal safe. Guck mal, da unten, das wäre der Spot, wo ich sonst hingekommen wäre. Und das wäre der Spot von eben. Das habe ich da oben schon wieder... Das habe ich da oben schon wieder gar nicht gesehen. Und gibt's dann auch noch einen Spot noch weiter unten? Oder stirbt man dann? Okay, man hat zwei Sipp-Möglichkeiten. Wenn man die zweite nicht nutzt, bist du Dote. Gut zu wissen. Verlassenes Verlies-Style. Achso, da musste ich hoch, ne? Die Gegner sind haben mehr zeitaufwendig hier. Immer doppelt mitangreifen, die scheiß Dinge. Sehe ich mich eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Ja, jetzt habe ich wieder. Aber ich weiß nicht, ob ich damit so glücklich bin. Jetzt habe ich wieder ein neues Gebiet erkundigt, weil ich bei drei Bossen... Drei Bossen? Tiefen von Aschina. Ich komme bei drei Bossen nicht weiter. Was mache ich, Idiot? Einfach zum nächsten Boss. Was ist das hier? Ist das eine Boss-Fight-Area? Ne, da unten steht ein Kanon, Mann. Oh, Scheiße. Da steht ja einer. Was ist denn das jetzt hier? Sieht mich gerade einer? Der da hinten. Sieht der mich? Das ist jetzt ein bisschen lang, Arme. Wir haben einen Fall, den Boss-Doch-Boss-Fight. Das ist hinter mir ein Schlangen-Auge, glaube ich. Ach, das ist so einer gegen so einer, habe ich schon mal gesagt. Nein. Was ist denn das hier für ein Banner? Das ist ja auch noch Gift, Alter. Was ist denn das? Ich hasse es, um mir dieses Sterben drücken zu müssen. Das nehmt mich schon von da hinten. Das macht nicht wahnsinnig. Das macht nicht einfach wahnsinnig. Er kloppt mich halt hier unten durch diesen Scheiß-Sound. Na komm her jetzt. Das war's wieder, ne? Das war's wieder, Alter. Ach, Mann. Weil man auch von allen Seiten beschossen wird. Ich kenne den Gegner, Herr Schlangen-Auge. Er ist auch kein kranker Gegner. Ich kenne den Gegner. Ich bin lautlos und unsichtbar. Was macht er? Er sieht mich. Lautlos und unsichtbar. Der Typ sieht mich. Währends, ich war's. Ja, so gehen wir ab und ab und ab. Das war's für heute. Ach, Mann! Ein Blödsinn. Das war's für heute. Super. 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 nervig wie sau kann ich dir sagen 125 könnte die das ding ist hier aufgegangen das heißt hier wird zweite gehen das heißt ich muss jetzt erst mal alles im rohr absuchen da hinten im vollen gift ist es so ein boss ist ja auch besichtigen speichern gehen würde das heißt eigentlich kann ich einmal speichern gehen komme ich überhaupt wieder zurück ich komme gar nicht wieder zurück doch weil das ist mit zu heiz so wenig leben wie ich habe ich gehe den scheiß hier einmal abspeichern raste ich hier einmal jetzt mache ich die nübs der alle fertig ja der ist weg der nütze ein glück auch sonst werde ich auch anders ausgerastet k ich hoffe ich habe auch ein glücklicher sehr gut da oben kann ich da noch hoch hier waren zwei da mache ich erst den der besitzt ist nur nur sachen um meinen arm zu verstärken wirklich ist hier unten ist auch ein feuer wurde ich muss einen schwere gelbüdel dass ich immer wechseln so ein schweren geldbüdel dann hole ich mit das item kugel jetzt zweimal sehr gut ich habe gerade glaube ich auch welche benutzt das hier auch gleiche hätte ich nicht gedacht hätte ich mir das oben klemmen können von hier oben kam oder hier oben war ich dann ist da drüben noch eine zuflucht wie komme ich da hin so dass man ruhig ist eben kanon rohr und der geflogen und da ganz oben kann man sich noch fallen lassen wo komme ich denn da hin oder geht das jetzt einfach noch nicht das geht einfach noch nicht glaube ich ohne witz ich glaube dass ich merke mir das mal hier aber ich bin fest der meinung ich kann hier sippen wie ich will die sind mich ja auch nicht wirklich hoch die sind mir hier auch nur weit hier wird es ja weitergehen gut dass ich diesen abend besiegt habe hier so ein blutfleck ist das eine falle zu trap bro ist ja überall blut alter das ist kein gutes zeichen oh nein das ist hier eine richtige boss fighting area und wieder ein boss wo ich nicht weiterkommen werde Leute was ist das für eine boss fight area hier ist eine fette boss fight area aber hier kommt kein boss fight wieso nicht habe ich den nicht getriggert nicht richtig hä ist das ein spiel bug kommt er erst später habt ihr das gesehen was war das gerade für ein bug da guckt was ist das das ist ein bug da sitzt der gegner kann ich den angesehen wenn ich was ist denn das ein bug hochkommen tue ich da auch nicht her diese höhle die macht mich gerade richtig kürre woher geht es ja auch nicht Also ganz, ganz komisch für gerade alles. Hier ist das Abkommen. Und schon hier ein Dings. Was ist denn das hier gerade für ein Gebiet?